Was ist denn ein Mann verlaufen? Ach, der wärmlich. Egal. Ich schweiß noch. Ich werde jetzt mit nach Passen nicht mehr. Hier drüben! 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 Das war's. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wächst in mir der Verdacht, dass seine Schlachtfelder zum Teil von seinen andauernden emotionalen Bindungen erhalten werden. Wut, Verbitterung, Reue. Ich bin mir ziemlich sicher, es hat mit den Bibi-Experimenten zu tun. Das scheint angesichts seiner Versuche, Lou zu stehlen, klar zu sein. Cliff scheint von dem Zwang getrieben zu sein, unser Bibi zurückzuerobern, als ob ihn das retten würde. Dieser Zwang muss so stark sein, dass er sich nicht nur aus den Tiefen der Hölle befreien, sondern auch einen Teil dieser Hölle mitbringen konnte. Eines ist sicher, er ist kein GD. Wir müssen erfahren, was es mit seinem Tod und seiner Verbindung zu den Bibi-Experimenten auf sich hat. Ich suche weiter und halte dich auf dem Laufenden. Ich suche weiter und halte dich auf den Bibi-Experimenten. Ich suche weiter und halte dich auf den Boden. Ich suche weiter und halte dich auf den Boden. Ah, ah. 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 Ah, ah.